Mit Madame Web könnte Sony eine Schurkengruppe einführen, die noch krasser ist als die Sinister Six. Hallo Filmstartsfans, ich bin Sebastian und am 14.02. kommt ja der neueste Eintrag im Sony-Spider-Man-Universum in die Kinos, nämlich Madame Web, wo ja wohl dann auch das große ganze Spider-Verse so ein bisschen mehr in diese ganze Live-Action-Richtung drückt, was ja auch passt, wenn wir gucken, was im MCU gerade passiert, wo wir ja auch das Multiverse aufgemacht haben und Sony könnte jetzt hier nachziehen und mit der Figur von Ezekiel Sims, dem bösen Spider-Man, den man ja auch schon im Trailer gesehen hat, könnte man jetzt hier den Grundstein für die Inheritors legen. Wer die genau sind, wie das alles hier funktionieren könnte und warum das noch krasser werden dürfte als die Sinister Six, darüber will ich mit euch jetzt sprechen, dabei wird es so kleine Comics-Spoiler geben, aber keine zu Madame Web, weil den habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen, ihr seid trotzdem vorsichtig vorgewarnt worden und wir legen einfach mal los. Als der erste Trailer zu Madame Web rauskam, war ja die eine große Überraschung, dass wir da einen Typen in einem Spider-Man-Kostüm haben, der aber jagt auf Madame Web und ihre Spider-Dame da macht. Und da haben wir ja schon gemutmaßt, oh, wer könnte das denn sein? Uns wurde natürlich sofort gesagt, wer das ist, Ezekiel Sims. Und in den Comics ist Ezekiel Sims eine sehr, sehr interessante Figur, die aber interessanterweise nichts mit dem zu tun hat, was wir da im Trailer sehen. Weil in den Comics ist dieser Ezekiel Sims eigentlich einer von den Guten. Der arbeitet mit Peter Parker zusammen, der bildet sogar Cindy Moon aus, die er dann in den Comics auch noch Spinnenfähigkeiten bekommt. Also damit haben wir schon mal eine starke Abwandlung zu dem, was uns der Trailer suggeriert, nämlich, dass Ezekiel Sims eigentlich ein Schurke sein soll. Das Spannende an der ganzen Story von einem Ezekiel Sims ist aber, was wir in den Comics noch mehr aus ihm herausziehen können. Weil er bekommt seine Fähigkeiten, die einem Spider-Man sehr ähnlich sind, durch ein geheimes Ritual, wo er quasi in Berührung kommt mit einem sogenannten Totem, das ihm dann die Fähigkeiten einer Spinne verleiht. Und diese Totem sind jetzt tatsächlich sehr wichtig, weil Sony könnte die jetzt hier in Madame Web auch einführen. Darüber reden wir gleich noch. Aber was sind die eigentlich? Was sind die in den Comics? Nun, da sind das übernatürliche Entitäten aus dem Multiverse, die alle geschaffen sind von der Göttin Neath. Und diese Göttin Neath ist die Göttin der Spinnen. Sie hat quasi ihre Kräfte verteilt, weil diese Neath ist es zum Beispiel auch die, die das Web of Life and Destiny überhaupt erschaffen hat. Also ähnlich wie wir es mit Loki im MCU haben, der ja jetzt irgendwo der Gott der Geschichten ist, weil er alle Strenge im Multiverse zusammenhält, haben wir das in den Comics mit dem Spider-Verse auch. Da ist es halt diese Göttin Neath, die hier ihr Netz gesponnen hat und damit letztendlich auch festlegt, jede Version von Spider-Man, jede Version von Spider-Woman, Spider-Girl oder wie man sie auch immer nennen möchte, die sind vorherbestimmt durch dieses Web of Life and Destiny. Das ist ja letztendlich auch genau die Art von Vorherbestimmung, die wir in Across the Spider-Verse durch einen Miguel O'Hara kennengelernt haben, weil auch er sagt ja, dass dieses ganze Netz von Schicksal wirklich miteinander verbunden ist und dass es eben immer diese Kausalpunkte gibt, wo dann ein Peter Parker, wo ein Miles Morales dann zu einem Spider-Man wird und dass das alles Elemente sind, die vorherbestimmt wurden. Das heißt, diese ganze Idee, dass es da eine Göttin gab, die das erschaffen hat und die bestimmte Totems irgendwo freigesetzt hat, damit halt in unterschiedlichen Dimensionen, unterschiedlichen Realitäten Leute zu Spider-Man werden können, das kann man jetzt hier mit dieser Figur von Ezekiel Sims sehr, sehr gut verbinden. Und wie gesagt, in den Comics ist es dann halt wirklich bei einem Sims sehr spannend, weil er dann eben zu einem Verbündeten von Spider-Man wird und von sehr, sehr vielen anderen in dieser Spider-Society und er dann aber auch mitbekommt, oh, dadurch, dass ich jetzt die Kraft eines Totems in mir habe, werde ich selbst zu einer Zielscheibe und werde von merkwürdigen Gestalten gejagt. Ähnlich wie das, was wir ja jetzt auch in diesem Madame-Web-Trailer sehen, weil wir haben unterschiedliche Spider-Women, die alle von diesem einen Ezekiel Sims gejagt werden. In den Comics ist dieser Jäger aber nicht Sims, sondern ein gewisser Typ namens Morlun, der den Inheritors angehört. Und diese Gruppe der Inheritors ist halt wirklich wahnsinnig spannend und in den Comics auch sehr, sehr cool gemacht, weil die sind wie Parasiten. Sie können selbst nicht in Berührung mit so einem Totem kommen, also suchen sie sich Totem-Träger und saugen denen die Lebensenergie aus, um sich davon zu ernähren, um davon halt auch ihre Kräfte zu bekommen. Und diese Inheritors haben es geschafft, den Master Weaver unter ihre Kontrolle zu bringen. Und der Master Weaver ist quasi diejenige Entität, die die Kontrolle über das Web of Life and Destiny hat und den Inheritors dadurch halt auch die Möglichkeiten gibt, in unterschiedliche Realitäten einzutauchen, um hier dann Jagd auf Spider-People zu machen. Und in den Comics ist es dann halt so, dass ein Ezekiel Sims sich mit Peter Parker zusammenschließt, um Morlund zu bekämpfen. Das bringt uns jetzt aber zu dem ganzen Punkt, wie sieht das denn jetzt bei Sony aus? Wie sieht das denn jetzt aus in Madame Web? Und wir haben bislang noch nicht allzu viele Informationen rund um Ezekiel Sims. Aber es gab jetzt vor kurzem eine Featured, wo sich Tahar Rahim, der Schauspieler der Ezekiel Sims-Spiel, zu Wort gemeldet hat und uns diesen Charakter ein bisschen näher gebracht hat. Und er redet davon, dass sein Ezekiel Sims in Peru einen geheimen Stamm sucht, die über enorme Fähigkeiten verfügen. Und er findet wohl dort in Peru eine Spinne. Eine Spinne, die ihm dann halt diese besonderen Fähigkeiten verleiht und die es ihm auch ermöglicht, in die Zukunft zu schauen. Weswegen er jetzt wohl hier Jagd auf Cassandra Webb und ihre Freundinnen macht, weil die möglicherweise für seinen Tod verantwortlich sein sollen, wenn man zumindest seiner Zukunftsvision Glauben schenken darf. Hier kommen jetzt unterschiedliche Sachen zusammen. Also dieser Ezekiel Sims bei Sony klingt ein bisschen wie die Vorstufe zu einem Inheritor. Jemandem, der halt wirklich Zugriff hat auf dieses Web of Life and Destiny, der die Zukunft sehen kann und der jetzt halt Jagd auf Spinnenleute macht. Und wenn wir uns den Trailer, den allerersten Trailer nochmal anschauen, da sehen wir ja ihn in diesem Diner, wie er Cassandra Webb und Co. angreift. Und da hat er ja dann auch Matty Franklin im Würgegriff und wir sehen, wie sich ihre Adern irgendwie so schwarz verfärben, als würde er ihr jetzt hier wirklich irgendeine Art von Energie entziehen. Und das passt ja sehr gut zusammen mit dem, was wir von den Inheritors kennen und gerade auch von den Bildern her aus den Comics. Da entziehen die diesen Leuten halt auch wirklich die Energie und ein Ezekiel Sims scheint jetzt hier genau das Gleiche zu machen. Und in dieser Featurette sehen wir ihn halt auch mit einer etwas größeren Spinne, die er hier wie so eine Art Haustier hält, die ihm möglicherweise dann auch seine Fähigkeiten verleiht und dann wirklich so etwas werden könnte wie ein Totem. Damit könnte das ganze Sony-Spider-Man-Universum jetzt halt wirklich die Inheritors vorbereiten. Vielleicht bekommen wir mit diesem Ezekiel Sims jetzt eine andere Version dieser unglaublich fiesen multidimensionalen Schurken, die dann jetzt auch übergriffig werden auf alles andere, was wir im Sony-Spider-Man-Universum kennen. Weil da ist immer noch ein Tobey Maguire, da ist immer noch ein Andrew Garfield, da ist ein Tom Holland. Und natürlich wurde jetzt so ein bisschen angeteasert, dass wir auf die Sinister Six hinarbeiten, weil zum Beispiel ein Morbius auf den Vulture getroffen ist. Weil wir jetzt wissen, okay, der Kingpin wird jetzt möglicherweise Bürgermeister von New York und wir wissen ja auch noch, dass der Scorpion da draußen ist. Und dass man ja jetzt natürlich gerade durch das Multiverse auch unterschiedliche andere Schurken noch wieder hier zurückholen könnte. Venom ist ja auch irgendwo noch da draußen. Kraven the Hunter kommt dieses Jahr auch noch ins Kino. Das heißt, für die Sinister Six ist natürlich hier alles sehr gut vorbereitet. Aber wie geil wäre es bitte, wenn man einen Ezekiel Sims jetzt dafür ausnutzen würde, zu sagen, okay, der jagt jetzt diese Spider-Women in Madame Web, dann gibt es ja auch noch die Theorie, dass er verhindern will, dass ein ungeborener Peter Parker zu Spider-Man überhaupt erst wird, nämlich indem er vielleicht versucht, dessen Spinnenbiss hier zu verhindern, um sich einfach dieses Totem der Spinne für sich einzuverleiben, um noch mächtiger zu werden. Gleichzeitig sehen wir im Trailer auch, dass ein Ezekiel Sims nicht alleine arbeitet. Das heißt, andere Leute wissen von seinen Fähigkeiten, wissen, wie er dazu gekommen ist und können hier vielleicht auch dieses Verständnis bekommen, okay, wenn er diesen Leuten die Energie rauben kann, dann können wir die auch an andere weiterreichen. Damit könnte Sony jetzt hier wirklich die Inheritor starten. Und das wäre gerade, wenn wir uns die Zukunft angucken, gerade wenn wir auch auf Beyond the Spider-Verse noch schauen, den letzten Teil der großen Miles Morales-Trilogie, wäre das wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil wir haben jetzt in Across the Spider-Verse die ganze Spider-Society kennengelernt. Aber da kann man ja wirklich auch noch so multidimensionale Schurken wie die Inheritors mit reinbringen, die dann irgendwann anfangen, Jagd auf all diese Leute zu machen. Wo man dann auch vermuten könnte, dass man vielleicht sagt, okay, wir kriegen nochmal so ein Szenario wie No Way Home, weil plötzlich dieses ganze Spider-Verse in Gefahr ist und dann hier auch Animationsbereich mit Live-Action-Bereich ineinander verschmilzt. Und das könnte dann tatsächlich ja auch irgendwo Grundlage dafür sein, zu sagen, okay, wir holen Miles Morales jetzt vom animierten Bereich in den Live-Action-Bereich rüber und verbinden das hier alles noch sehr viel mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dieses ganze Web of Life and Destiny wirklich gut ausbaut, dann könnte das spannender sein als alles, was wir im MCU bislang rund um das Multiverse erlebt haben. Und auch da erwartet uns ja noch dieses große Avengers 6 Secret Wars Ereignis. Aber Sony könnte das viel geiler hinkriegen, wenn sie wirklich so Leute wie die Inheritors mit reinbringen, wenn sie dieses Sony Spider-Man-Universum wirklich über dieses Web of Life und Destiny miteinander verknüpfen und dann hätten wir irgendwann in ferner, ferner Zukunft vielleicht einen Film, wo all das in einem riesengroßen, gigantischen Crossover übereinkommt, so wie wir es auch in den Comics haben, wo es ja auch diesen Run Spider-Verse an sich gibt, wo ja die unterschiedlichsten Versionen von Spider-Man aufeinandertreffen und hier dann gegen diese Inheritors vorgehen müssen. Und Ezekiel Sims wäre da natürlich die perfekte, beste Grundlage. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, ich weiß, wir machen immer sehr, sehr große Theorien, die ganz, ganz viel umfassen. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht werden und das ist hier pures Wunschdenken. Aber man wird ja noch träumen dürfen, oder? Weil es einfach wirklich gut in dieses Konzept passen würde. Aber eben mit diesen Inheritors könnte man das sehr, sehr gut machen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was uns nächste Woche dann in Madame Web erwartet. Es wird natürlich hier dann auch Reviews geben, es wird hier auch Ende erklärt und was weiß ich nicht alles geben. Da werden wir wirklich mal schauen, was uns hier geboten wird, weil dieser Film könnte der Startschuss wirklich sein für dieses große Multiverse-Thema, was denn auch Venom und Kraven und Morbius und alles gekonnt miteinander verbinden könnte, um dann auf die Sinister Six oder noch besser auf die Inheritors hinzuarbeiten. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.